Morelisse Elektro AG – Ihr Partner für alle Elektroinstallationen. Seit über 30 Jahren übernehmen wir die Planung und die Ausführung aller Elektroarbeiten. Marlène und Karl Schier führen das Geschäft heute in zweiter Generation. Wir arbeiten rasch und sauber. Mit drei bis vier Elektro-Profis und drei Lehrlingen montieren wir Stark- und Schwachstrom, Telefon-, EDV- und Satellitenanlagen, Stromzähler, Baustrom- und Solartechnik. Unsere Kunden sind Private, Industriebetriebe, Landwirtschaftsbetriebe und die Gemeinde Tremis. Gerne beraten wir auch Sie. Morelisse Elektro AG – für alle Elektroinstallationen.